Nur ein kurzer Gedanke Kommen wir zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Nur ein kurzer Gedanke im Rahmen des Podcast Wissenstransfer. Sie wissen, in dieser kleinen Serie nehme ich sie immer ein Stück weit mit in meine Gedankenwelt und nehme sie ein Stück weit mit dorthin, worüber ich gerade nachdenke, was mich gerade beschäftigt im Bereich des Wissenstransfer und der Wissenszirkulation. Der Anlass für diese kurze Episode ist eine Lehrveranstaltung, die ich gemacht habe an der Hochschule. Ich habe diesen Gedanken genannt, dass man zur Notwendigkeit eines Gegenübers und das ist bezogen auf die digitale Lehre oder den digitalen Austausch. Durch die Corona-Krise insbesondere, aber auch vorher schon, aber insbesondere durch die Corona-Krise sind wir ja immer mehr dazu gekommen, Lehrveranstaltungen, Seminare, Vorlesungen, was auch immer, über bestimmte Medien zu halten. Das heißt also nicht mehr Face-to-Face, sondern beispielsweise über Zoom, über Skype, aber es gibt noch viele, viele andere Anbieter auch. Sie können das dann von überall machen, Sie können sich nicht anstecken dabei, was natürlich ein großer Vorteil ist. Und ich habe vor zwei Wochen eine Vorlesung gehalten bei uns an der Hochschule Osnabrück in einem Pflegestudiengang. Und jetzt will ich Ihnen kurz diese kleine Anekdote erzählen. Also ich hatte für, naja, das war für den ganzen Tag geplant, mit mehreren kleinen Pausen. Und als ich also gestartet bin, lockten sich die Teilnehmer über Zoom ein in die Veranstaltung und dann schalteten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung, dieser Vorlesung, ihr Bild weg. Was ich zunächst einmal verstehen kann. Also ich sehe das selber, man ist ja auch nicht immer, wenn man weiß, man sieht sich nicht Face-to-Face. Der eine liegt im Bett und verfolgt eine Veranstaltung. Der andere sitzt vielleicht am Schreibtisch. Der nächste will nicht, dass die Leute mitbekommen, dass man mal eben kurz raus ist und so weiter. Ich kann diese Seite gut verstehen. Und es gibt im Moment auch eine Riesendiskussion darüber, welchen Schaden womöglich Studenten, Schüler und andere nehmen, wenn nur noch auf diese Art und Weise gelehrt wird. Ich möchte gerne in die andere Perspektive gehen, nämlich in die Perspektive des Lehrenden, was mir passiert. Also wir fingen also an, ich machte eine kurze Einführung, es ging um den personenzentrierten Ansatz und um die Pflege, Demenzerkrankte. Ich hatte mich ziemlich gut vorbereitet darauf und wir hatten ein Riesenprogramm. Und wie gesagt, alle schalteten nur noch auf Hören, schalteten ihren Ton aus und schalteten auch ihr Bild weg. Ich saß also vor meinem Computer. Ich war der Einzige, von dem ein Bild zu sehen war oder ein Video zu sehen war. Ich saß also vor meinem Computer und fing an mit meiner Vorlesung und schaute quasi in einen schwarzen Bildschirm, in dem nur einzelne Kacheln, mehrere oder viele einzelne Kacheln standen, hinter denen sich eventuell vermutlich Menschen verbargen. Das habe ich auch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde so gemacht. Und ich merkte, dass ich immer stärkere Beklemmung kriegte. Mir ist es eben halt, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber mir ist es natürlich nicht egal, wie die Menschen darauf reagieren. Und mir ist es nicht egal, wie sie etwas finden, was ich mache oder sonst irgendetwas. Naja, und nach einer gewissen Zeit habe ich dann, ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber ich habe das dann einfach gemacht, habe ich gesagt, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann so nicht lehren, wenn ich niemanden dabei sehen kann. Ja, bei allem Verständnis dafür, dass nicht jeder in seiner Privatsphäre sich filmen lassen will, brauche ich aber ein Gegenüber. Oder auch nicht nur, dass ich weiß, dass hinter diesen Kacheln in Zoom jemand steckt, sondern ich brauche auch wirklich ein Gegenüber, jemanden, dem ich sehen kann, jemanden, dem ich ins Gesicht schauen kann. Jemand, der vielleicht den Kopf schüttelt, wenn ich etwas sage und ich sehe, wie er vor sich hinmurmelt, was für ein Blödsinn oder wie auch immer. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Ansporn, wenn man sieht, dass Leute einem vielleicht intensiv zuhören oder auch, wenn man sieht, dass man manche Leute vielleicht total langweilt. Und all das fehlte mir. Und ich merkte, dass darunter auch die Qualität dessen leidete, was ich mache. Das geht mir im Übrigen gerade beim Podcast so ähnlich. Ja, da habe ich ja auch kein Gegenüber. Also das ist schon schwierig. Aber bei einer Vorlesung oder bei einem Seminar, was fünf, sechs Stunden dauert mit Pausen und vielleicht der ein oder anderen Gruppenarbeit, ist das wirklich hart, wenn Sie einfach nur vor einem gruseligen Bildschirm sitzen und Sie haben keine Ahnung, ob sich überhaupt dahinter jemand befindet oder wie auch immer. Na gut, nachdem ich das gesagt habe, haben sich dann eine ganze Reihe von Studentinnen und Studenten tatsächlich eingeklinkt. Und ich habe ein Video von ihnen gesehen. Und es kam dann nachher auch wirklich zur Diskussion mit den Personen. Manche konnten auch ihr Video nicht zeigen, weil sonst ihre Leitung zusammengebrochen wäre. Ja, also das zum Thema Digitalwüste Deutschland. Aber es ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass diese Medien, die wir jetzt benutzen und die wir auch, auch wenn Corona vorbei ist, weiter nutzen sollten, dass die aber eine gewisse Etikette brauchen und dass die vor allen Dingen eine Grundhaltung von Respekt haben müssen. Das heißt, wenn sich jemand vorbereitet und berichtet dort etwas, dann finde ich, erfordert es der Respekt vor dieser Person, dass man sich selber auch zeigt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht machen viele von Ihnen oder einige von Ihnen auch Lehre und haben vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Es wäre spannend, darüber mal einen Austausch zu machen. Also ich glaube, auch Lehrende brauchen ein Gegenüber. Sei es in digitaler Form oder in echt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein Gegenüber. Sonst fällt es mir zumindest extrem schwer, da tatsächlich, naja, sagen wir mal, leidenschaftlich dabei zu sein und leidenschaftlich zu arbeiten. Ja, das dazu. Also melden Sie sich mal, schreiben Sie mir mal, wie Sie es finden. Also ich brauche das Gegenüber als Ansporn, als Dialogpartner. Und nachher gab es auch wirklich Diskussionen und dann hat es wieder eine Riesenfreude gemacht. Und dann finde ich auch, hat das natürlich auch große Vorteile. Keine Reisen und so weiter. Also Sie wissen selber, was das alles für Vorteile hat. Aber das Kernelement von Wissenstransfer, Wissenszirkulation, von Austausch, von dialogischem Arbeiten ist eben der Dialog. Und dazu gehört für mich zumindest die Idee davon, dass ich sehen kann, wen ich vor mir habe. Mal sehen. Also, wenn Sie Ihre eigene Meinung dazu haben und sich gerne dazu äußern wollen, ich würde mich freuen, unter diesem Podcast, auf unserem Blog oder auf der speziellen Seite bei uns, die Sie auch leicht finden können, wo sämtliche Gedanken, die am Anfang des Podcasts immer geäußert werden, einmal gesammelt sind und zur Diskussion gestellt werden. Soweit zu diesem Thema. Nur ein kurzer Gedanke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017